So, wir bedanken uns erstmal für den schönen Abend. Wir hoffen ja alles genauso viel Spaß wie wir. Wir sind natürlich eingeladen, nächstes Jahr wieder zu kommen. Wir sind wie gesagt wieder am Anfang der Tournee hier. Am 28. Februar ist die Generalprobe und am 1. März geht es los. Das Prolettsshow 2018. Wir würden jetzt folgendes tun. Wir würden noch was für euch singen und danach geben wir euch die Möglichkeit, da drüben ein schönes Foto zu machen. Das stellen wir uns alle hin, wer also mal mit einem von uns auf ein Bild möchte. Das machen wir dann da drüben. Jetzt wird erstmal gesungen. Wenn ihr wollt, wenn ihr wollt. Nach hinten ein bisschen leise müsstet ihr sein, weil wir sind unverstärkt nicht so laut. Los geht's. Ramm-A-Lamm-A-Lamm-A-Lamm-A-Ding-Dong Ramm-A-Lamm-A-Lamm-A-Ding-Dong Applaus 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 Applaus